ja jo leute was geht so kommen soll dies am start und heute zocken wir mal FIFA 15 Euro das ist das erste Let's Play mit FIFA 15 und ja wie ihr grad seht wir sind äh bei ähm Ultimate Team genau so ist das und ähm ja so ich freue mich und ähm so ich hab ähm am Anfang mal wie es mir den Anfang schon gemacht das Tutorial durchgezockt und so das ist ja ein geschlangweiliges Ganze aufzunehmen und ähm eigentlich habe ich hier vor ein Video gemacht von FIFA 15 ähm dass ich äh das ganze Tutorial und so das war aber scheiß Grafik deswegen habe ich auch der dritte gesagt schreibt in die Kommentare wie ich das ändern kann und so ich habe aber eben schon ein Tutorial geguckt und Prozent jetzt wusste ich das und ihr seht bessere Grafik ich auch und sohne freut mich und ähm ich hab noch in der letzten Folge gesagt um was mit euch los ist das heißt ähm in den letzten zwei Prozent verkauft die durch Folgen habt ihr gar nicht geguckt ich weiß nicht da haben wir so 11 bis 7 aufrufen äh ich weiß nicht ob das ein Problem mit Youtube ist dass das nicht mehr angezeigt wird oder ähm dass ihr keinen Bock mehr habt ich bekomme immer Abonnenten dazu das ist auch schön aber irgendwie die Aufrufe das klappt irgendwie nicht mehr keine Ahnung äh schreibt mal bitte in die Kommentare woran das liegen könnte und ähm weil ich Prozent wie ich mich verbessern könnte dann weiß ich so ein Video machen könnte und machen könnte so ähm ja schreibt das mal bitte in die Kommentare ich weiß jetzt nicht ob das auch an den Titel liegt den ich annenne ich habe ja einmal genannt warte FIFA 15 kommt und New York City die habe ich ja so genannt und ich weiß nicht warum äh ob das da dran liegt oder keine Ahnung war davor die Folgen ähm die haben ja immer so 50 bis 70 aufrufen das war immer schön immer immer schön und da habe ich mich auch sehr gefreut aber jetzt irgendwie nicht so gut wie auch äh hier mit FIFA 15 da stand auf einmal so erst drei Aufrufe und hatte 10 Likes wie kann das sein da müsste ja eigentlich jetzt schon 3 auf aber sind nur zwei Aufrufe weil ich ein paar Mal angeguckt habe und immer geguckt habe woran das liegt und wie viele Likes und deswegen ich weiß jetzt nicht ob das an YouTube liegt oder oder sowas aber ich habe auf mein Handy geguckt und überall steht das gleiche und ach doch ich weiß nicht was mit euch los ist schreibt es mal bitte in die Kommentare und wie schon gesagt mit Abonnenten uns fehlen nur noch acht Stück Leute tut was dafür dass wir noch acht schaffen oh das wäre so nice alter was habe ich jetzt hier gedrückt aus zu sehen Prozent 200 Abonnenten fast Eier Eier so dann nehme ich ja mit FB auf Ende des Monats wo ich mir die neue Webcam mal ich will Videos aber nicht so oft wir sind so mit Freunden oder so mal Challenges oder irgendwas draus machen seit schon mal gehört drauf gesparend und ich will jetzt nicht so lange labern 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 wir steigen direkt mal hier rein in der letzten Folge habe ich außer sich schon mal ein Pack aufgemacht von Ultimate und ja ich habe auch noch in der letzten Folge gesagt ich spare jetzt die Münzen für ein nächstes Video also das nächste Video wollte ich dann so mit nur mit Packs aufmachen aber das kommt irgendwann später ich muss ja erstmal hier ähm wo wir mal was hier holen mit Münzen und ähm hier ich weiß jetzt nicht wie ich anfangen konnte Einzelspieler Session das äh so Session ähm Einzelspielertraining ne Team der Woche ich schätze mal mal hier Einzelspieler dann kann man noch auch Punkte für alles klar ich mach mal das erste keine Ahnung wo bin ich denn was bin ich denn hier keine Ahnung ich bin dieses komische Zeichnung keine Ahnung ich weiß nicht was es wird ich weiß nicht was es wird harte harte Ultimate oh was stimmt er eben was so ja ich nehme das rote Trikot äh was hab ich denn jetzt oh man bin ich dumm also ich hab ein doch die auswärts ja ne so ich sag mal die Spieler ich hoffe wir gewinnen ich kann noch sitzen und nicht so gut die war aber mal gucken so ja da ist jetzt drin so bam boah das war knapp alter boah scheiße ja genau komm alter leck mich doch im Arsch schnell ich bin schlecht ich weiß genau und dann diese scheiß Latte ne ach Leute das klappt gar nix genau daneben noch dritter immerhin achso Gott nein nein Schwedig Neustadt man komm oh ich hab so lange getrunken doch was wir sehen ich nehme an ein paar weiter mit start hinlegen wollen es geht los bei 0 jetzt soll ich habe gefährlich sehr gut ich kann er nicht so gut mehr direkt schon Tor grafik weich jetzt nicht das ist die 100 20 mal gucken ob ich das noch 1080p machen kann ich schätze mal nicht ich hab das eingestellt aber man bett sich ob das glaube ich jetzt noch nicht ich hätte sie ja vielleicht jetzt neu auf mal gucken ob der mehr kann ich kaufe mir neuen RAM-Speicher also ich habe 4 GB drinnen das ist echt wenig und jetzt zeige ich mir nochmal einen neuen 4 GB und dann habe ich 8 GB und ja Schmiedbach hat ein torgeschiss geschissen cool er hat ein Tor geschissen genau ne wow so passt dahin läuft da oben hin ach komm nein 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 oben ist weit und jetzt wird es brenzli oh mein Gott diese Kinderstar ich kann nicht schießen und er blickt direkt hin blank und boah man was für ein den Schuss abgeblockt oh und so die 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 das die 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 um hohoho war das hier der Schmiedemacher Schmiedebacher oder Schmiedemacher vielleicht noch mal gucken wenn er noch mal ein Tor schießt wie habe ich ihn denn gemacht der Cory Corti genau Corti, Dr. Corti hat irgendwie das muss ich mal grad angucken ach ich wollte eigentlich der davor der wieder köpfen aber dann hat der ja nice dann geben wir den Ball oh oh Ecke tschüss Boah wieder alter Abidal 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 Ecke Kopfballto Leute was geht ihr ab das ist schon mal geil alter so was so was nenne ich geil komm gib mir den Ball ich glaube ich hab wirklich auf Amateur geschreit äh geschreit alter ach das eben in Geld das höchste war wenn ich wenn ich gewinne und schieben die Hälfte Schmiede Schmiedemacher wo hieß der Lauf nach vorne St es ist im D Dio 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 ich konnte Dio Dio und er will er ist es wäre nur ein Faul so erläuft ganz ich bin hier und so und schießt so jetzt hälfte und geht ab ich will gerne einen wir gerne unterstützt wurde ja geht es noch nicht nur noch mehr Darf ich jetzt? Ich muss mal was probieren. Na. Und? Oh, ne, schon wieder in der Ecke, Alter. Wie es mal war, der steht noch. Oh, der war... Oh. Ich hab auf Kreuz gedrückt, Alter. Nur passend, Alter. Der hat einmal nur ins Tor gepasst. Ja, leg dich hin. Der Cordy. Schon wieder der Cordy. Nein, nicht, nicht reißen. Boah, so verstanden. So runter schießen. Oh, schießen. Wohin soll der denn? Mein Gott. Ist er behindert, warum läuft der? Oh, danke schön. Und Mitspieler eine Chance, an diesen Ball heranzukommen. Was machen die eigentlich im Training? So, und? Oh. Du Lappe. Lappe hat das Tor gemacht, Alter. Yo. Wahrscheinlich. Guck dir das an und empfunden da hinten. Abgefürzt unten in den Winko. Ne, man glaubt, kein Winko oder, keine Ahnung. 8 zu 0. Das ist ja mal ein Ergebnis. Ich hab gestern mit Bar zu 0 und 20 zu 0 gewonnen, das war noch. Ja, hat auch. Genemes Einfachs. Das ist ein Spieler, den es gibt. Das ist ein Problem, sich die Mannschaft zerfügt. Oh, das ist ein bisschen zu schnell. Ja, das ist auffällig. Ja, aber auch so. Oh, danke schön. Ja, nahezu deplatziert. Nein. Oh, das wäre egal, wenn der jetzt wieder in den Kopf getreten hätte. Alter, das wäre... Oh, das wäre schön. Nein, aber Spaß. Hätte der rot bekommen, das will ich schon nicht. Oh, der läuft und läuft und... Oh, der Ritter. Ritter. Geiler Name. Marco Ritter, nein. Boah. Ich glaube, das ist ein Deutscher, oder? Könnte sein. Santa Rosa. Das ist unser Verein. Keine Ahnung. So, lauf da hoch. Schmiedeber. Mann. Ich muss noch das 10 zu... 10 zu 0 machen. Das schabeln wir auch noch. Aber es war noch nicht mal Halbzeit genau. Oh, nein. Ah, scheiße, Mann. Junge. Das war doch mal schöner Konterspiel. Konterspiel. So, ab nach oben. Boom. Scheiße. Scheiße, Mann. Was ist das denn? Warum ging der denn nicht rein? Hallo? Oh. Nein. 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 Oha, Alter, hat ein Glück gehabt, Alter. Drei Konterversuche. Und... Boah, der war nice, Leute. Der war aber über... Geiler, Alter. Kommt gut rein. Trotzdem ist der Gegner zuerst dran. Nimm's weg, schießen. Danke. Nein, 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 nein. Mein Ball. Mann, lauf doch hin. Boah. Löppel. Und schießt. Und Tor. Der Junge wieder. Unser guter Junge. Ah, jetzt hab ich einen Kram. Fünf, fünf, sechs, vier, vier, vier. Oh, wir haben 10-0. Der, das ist doch mal ein geiles Spiel, Alter. Letztes Mal mache ich Probiere. Das ist ja hier so einfach, Leute, ey, ne? Boah, nein. Auf, lauf, 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 lauf. Nimm den. Nimm den. Nimm den. Und. Die Fans fragen sich, wie wird der Unparteiische entscheiden? Abseits. Alles abseits? Ich schätze mal schon, ne? Oh. Jetzt ist Halbzeit. Natürlich. So, komm, warte, hier. Ich wöchse nachher aus. Das muss sein. Das muss sein. Das war spannend. Aber die können noch ein bisschen nach Rennen. Wir sind wieder unterwegs, liebe Zuschauer, in der zweiten Halbzeit. So, ich bin auf jeden Fall später die besten Spieler, Ole Messi. Ich weiß, ich glaube, das ist echt teuer. Boah. So. Schießt und. Ulo, was hat ihr gemacht? So langsam finden sie gefallen. Wiedel, wo legte sich auf. Einmalhin, guck euch das an. Ich wollte jetzt eigentlich schon schießen und ein Eckermatt, so ausgerutscht oder was ging hart mit dem ab. der Kopf hat wehgetan, glaube ich. Komm, werf schon oder schießt mich an. Das wäre gerne, wenn die mich mal anschießen könnten. Wie weit ging dir denn, Alter? Komm, schieß. Wow. Hey! Was geht denn mit denen ab, Alter? Oh, jetzt. Jetzt geht's ab. Er läuft nach vorne. Passt runter. Rennt nach vorne. Runter. Und schießt und... Oh, mein Gott. Der Lappe wieder. Unser guter Klos-Lappe. Weißer nicht wieder mit vorne haben. Heißt aber, ich nenne den einfach mal Klos. Lappe. 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 Unser Doc of Fish. Und laber ich das wieder. Boah, der war aber echt mal nice, weil... Das möchte ich immer zugeben. Unser Doktor. Habe jetzt. Ja. So, jetzt versuchen wir wieder ein Tor zu machen. Ich bin ganz alleine. Und. Schießt und. Nein. Hallo. Lass uns mit dem los. Was war denn gerade mit dem? Abgegangen. Versteinerung. Neun. Viel zu weit. So, jetzt. Ab nach vorne. Okay. Oh, der war mal richtig nice. Der Junge wieder. Der, unser Junge. Was machen die da? Da fehlen. Die drei Punkte sind. Guckt euch das an und dann... Boah. Alter, der war mal richtig nice. Aber ich sehe gerade unsere Stürmer, die können nicht mehr. Alter, die sind auch richtig am Arsch. Ihr seht ihr mal, was ich für Spiele habe. Die sind ja richtig alle schlechter, ne? Aber der Toyota geht ein. Die haben noch nicht mal auf mein Tor geschossen. Rechter Stürmer. Habe ich keinen. Och. Rechter Mittelfeld. Ich habe wirklich keinen Stürmer mehr. Aber der ist wichtig. Der muss ausgetauscht werden. Dann hier den auf jeden Fall. Ein ZM. Ähm. Nicht. Schmiedebacher brauche ich aber. Den brauche ich. Das ist Mittelfeld. Ich sage mal. Rechtes Mittelfeld haben wir ein. Nee, rechter... Ja, den kann man auch nehmen. So weiter geht's. Besser haben wir nicht. Unser... Ach, das wollte ich doch gar nicht. Unser Abwehr ist eigentlich gar nicht mehr so... Äh, ausgebrochen, ne? Kammerkopf vor. Selbstbewusst. So wie... Welche Minute hier kommt. Sechzigste Minute. Das ist schön. Hier mir bitte die Dauer, dass ich die 20 Wochen noch schaffe. Ich schätze mal nicht. Das ist noch. Zwei kamen von dem Ball. Sehr viel. Ich laufe einfach mal. So, jetzt wird gleich gewechselt bei den Haushärern. Was? Was soll bei denen? Man, guck mal wie dumm sie sind alle, die schießen. Ach, haben sie extra, glaub ich, gemacht. Ja, komm. Irgendjemand einer da kommt... Ja, genau. Wohin sollte der denn? Der Assistent zeigt einen abseits. Abseits? Wie, was denn? Was ist der auch da? Ich hab die noch nicht mal angeschossen oder angespielt, ey. Nein. Gib mir den Ball. Nein. Gib mir den Ball. Gib mir den Ball. Gib mir den Ball. Schmiedebach. Wupp. Wupp. Wuuu. Unser guter Junge. Wieder. Komm, mach weiter, mach weiter. Mach weiter. Ich will das sonst. Tore schaffen noch. Wir haben jetzt schon 14 Tore. Und wir haben die 62. Minute erreicht. 40 mal. 66 schon. Scheiße. Lass mich doch laufen. Ey, Foul. Einen heißer. Kommt, Leute. Gib mir den Ball. Oder noch 15 zu 0. Alter, das ist ja... Oberpunkt nicht. Das könnte was werden. Jetzt könnte es klappen. Ja. Ja. Das ist ja... 15 zu 0, oder? Haben wir das? Oh. Leute. Es sieht so aus, als wir wirklich noch die 2 zu 0 schaffen. Ja. Ja. 15 zu 0. Leute, was ist hier los? Ich habe wirklich glaub ich, ob ich auf Amateur geschaltet. Und der läuft und läuft und läuft und läuft. Oh. Was ist das denn? Al-Gurni. Der Al... Unser Mr. Al-Karni. Unser Al-Mas-Karren-Küsteck. Der hat seine ganze Idee in die ersten Sekunden gelegt. So. Wir brauchen nur noch 4 Tore. Das schaffen wir. Wir haben, glaube ich, jetzt mal 70 zu Minute. Wir haben noch 20 Minuten Zeit. Oha. Ja, wenn er nicht so mal diese scheiß Triple-Lay macht, ey. Das ist ja... Komm, ich will das 20 zu 0 schaffen. Vielleicht schaffen wir auch heute das 30 zu 0. Nein. Schaffen wir nicht mehr. Renn. Renn, mein Junge. Und? Ah. Oh, der geht rein, Leute. Unser Jörg wieder. In der 74. Minute. Schmeißt er sich auf den Boden. Ich glaube, da bahnt sich sowas wie nur die. Okay. Nur noch 3 Tore, Leute. Wir schaffen das auf jeden Fall. Boah, das war... Das ist ja mal der... Obershit. Was? Freistoß? Ja, genau. Mach da einfach mal so schönen Freistoß. Scheiße. Das wäre jetzt so scheiße, wenn der aus 17 zu 1 steht. Ne, passiert nie. Ja, da ist ein guter Zwischengegang. Jetzt lauf doch mal in die Mitte. Sehr schön. Schmiedemacher. Du machst schnell noch das Tor. Und? Was? Und schon wieder gibt's einen Eckball. Schon wieder. Scheiße. Wir wissen das. Wir müssen noch 3 Tore schaffen. Mit dem Kopf. Das war jetzt gar nicht die größte Herausforderung. Junge. Nicht wirklich. Ja, genau. Jetzt warten wir noch. Scheiße. Mann. Nein, Leute. Jetzt bin ich nervös. Schaffen wir das nicht mehr? Doch, wir schaffen das. Definitiv. Jetzt ist er vorbei. Ja. Ist er Schmiedemacher? Ne, Jörgen wieder. Okay, 2 Tore noch, Leute. 2 Tore. Wir haben 81 oder 82 Minute. Noch 8 Minuten. So, gib mir schnell den Ball. 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 Aber das ist schön. Slow. Was machst du? Schießt und. Doch. Der Doktor. Was. Teak. Was. Teak. Ja, was. Teak. Oh, Leute. Wir haben nur noch 5 Minuten zum Spielen. Also, komm, 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 komm. Los, los. Was? Warum ist es jetzt foul? Das ist kein Foul. Nee, ich hab noch 6 Minuten. Okay. Oh, sie ist weg. Gib mir den Ball. Gib mir den Ball. Gib mir den Ball. Jo. Schießt und. Nein. Mann. Fucking shit. Und hier die Wiederholung dieses Treffers. Ah, da hat die Defensive keine gute Figur gemacht. Kann ihn einfach nicht am Abschluss hindern. Nein. Nein. Leute. Leute. Nur noch 3 Minuten. Wo ist ein Spieler? Nein. Was? Ja, genau. Gerade der, ne? Leute. Der kann gleich ausgewechselt werden. Ich muss gerade schnell auf das Tor schießen. Schießt und. Ja. 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 20 zu 0, Leute. 20 zu 0. Noi. Noll. Der was die. Doktor was die. Und jetzt ist der Spieler noch verletzt. Boah, 20 zu 0. Das kann auch ein rohischer Spiel ausgehen. Boah. Gerade noch in der 90. Minute. Alter, was ist das denn? Ich habe mir noch ein Tor. Ich habe mir noch ein Tor. Er läuft und läuft und. Läuft, läuft, läuft. Schießt und. Ja. 21 zu neu. Nochmal der war Steak. Er bekommt auf jeden Fall einen guten Gehalt, Alter. Auf jeden Fall. Jo. Perfekt, Alter. Perfekt. 21 zu 0. Das hatte ich noch nie. Boah. Und wie viel Money? 5,68. Ach, die wir gemeinsam gesehen haben. Tore 200. Fouls. Kriegt man auch weniger Geld? Was soll das denn sein? So weiter. Oh, Leute. Das nenne ich doch mal ein klarer, deutlicher Sieg. Für uns. Junge. So Leute, ich sag mal. Was? Ja, ich weiß. Ich sag mal, ne? Danke, 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 dass ihr eingeschaltet habt. Und, äh, lass mal ein Like da. Abonnieren nicht so, äh, nicht vergessen, dass ihr nix mehr verpasst auf meinen Kanal. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge von FIFA 15. Wieder, bis dann. Ciao mit V. チ distributeimagino.